Alle Spiele der BKB-BL live. Nur hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und das Rest hier. Telekom Basketball. Jetzt mit NBA und Berlin. Dass Tübingen ein sehr, sehr akzeptables erstes Viertel aufs Parkett brachte. Dann nochmal ein schöner Pass von Jake Odom auf Ken Horton, der schön reinkattet, dass beide Teams sich nicht so richtig distanzieren konnten vom Gegner. Wieder Jake Odom mit feinem Päschen auf Ken Horton.